ein herzliches hallo zum neuen news video heute ein sehr kleines news video und zwar folgendes es hat auch nur zwei themen zum einen der 245 ps benzin und ist nicht mehr lange bestellbar und ich habe infos wann das facelift kommt aber alles zu seiner zeit also ganz aktuelle news der 245 ps benzin ohne hybrid kann man nur noch bis ende november circa bestellen und wird dann vorerst nicht mehr angeboten ganz klar ist nicht ob der überhaupt noch ins facelift kommt so meine infos sind die ich aktuell habe dass man einfach dafür den hybriden mit 245 ps besser platzieren möchte der natürlich im facelift so munkelt man einen größeren akku bekommt dass eine rein elektrische reichweite zwischen 80 und 100 kilometer möglich sind und das nimmt man dann eben her um eben diesen antriebsstrang ja zu bevorzugen also wer jetzt noch schnell ein 245 ps vom motor haben will schnell sein weil kann man tatsächlich nur noch bis ende november bestellen und danach ist das zumindest vorerst gestrichen und jetzt fragen ja alle ich habe auch viele nachrichten bekommen weil ich ja auch ein 245 ps viele sagen auch dazu 08 15 vom mentor habe und da fragen viele jahr aber ohne allrad und hin und her ist denn das kann man das überhaupt fahren ich hatte mein golf der hatte 190 ps und das hat sich überhaupt nicht fahren lassen natürlich ist das so straße nass oder du wiegst irgendwo ab und du gibst natürlich vollgas was sie jetzt in meinem fall noch nicht machen konnte weil ich jetzt gerade mal 1000 kilometer zusammen habe aber natürlich wenn die straße nass ist und du fährst am berg irgendwo an der drehen natürlich die räder durch jetzt hat natürlich der formentoren dem modell eine mechanische quersperre und du merkst schon dass er sich da ein bisschen mehr bemüht die kraft auf die straße zu bringen so ist meine erfahrung und du kommst auch gut vom fleck so ist nicht aber die räder drehen natürlich durch das muss natürlich klar sein jetzt auch mit winterreifen die straße sind dass der dreht so ein auto durch ja auch wenn du natürlich mal vor dir einen traktor hast und du willst ihn überholen das nasse straße und du gibst dann kurz kriegt da werden die auch die räder mal durchdrehen anders wiederum bei trockenem wetter schön wetter natürlich wenn du da eine launch control machst oder da so ein kavaliers start nennen muss man auch da werden dir die vorderräder durchdrehen aber sonst hast du da eigentlich wenig probleme ich bin ja schon ein paar gefahren und das einzige wo ich immer wieder mal gemerkt habe zum beispiel beim abbiegen wenn du beim abbiegen stark beschleunigt hast oder eben an kreuzungen dann hast schon gemerkt dass das auto durchdreht aber das esp heutzutage so gut abgestimmt ist dass der regeleingriff so human ist dass du das so stark gar nicht wahrnimmst wie noch bei älteren autos und ich muss es immer wieder sagen und das sagen auch andere der klang von 245 ps ist nach dem vz5 mit einer der besten informantoren natürlich das ganz klar und wie gesagt wenn du den an machst er klingt besser wenn du fährst du hörst motorsound du hörst den auspuff und auch wenn du irgendwo stehst und du musst noch was einladen der motor läuft vor allem im kaltstart wirklich viel viel besser als der 310er kann ich nur bestätigen ich würde mir wünschen dass den 245 er auch mit allrad gegeben hatte aber wie man gehört haben hat sich das thema jetzt erledigt und wie gesagt ich kann es wirklich nur empfehlen auch als zwei position allein die sitze da noch ein ganz kleiner schwank schon mal möchte ich schon mal vorweg neben dem neuen nächsten videos kommt ich finde genau kann ich noch nicht sagen hat man den zulieferer gewechselt hat man tatsächlich was an den materialien gewechselt ich finde dass der innenraum beim formentor hochwertiger wirkt ich bin ja wirklich verschiedene modelle gefahren verschiedene herstellung produktions jahre und muss sagen dass die letzten 23 modelle so ab april mir ist ja schon ein zwei videos aufgefallen wo ich das immer wieder gesagt habe das lenkrad fühlt sich viel hochwertiger an allein das leder es fühlt sich nicht mehr so her so billig an billig will ich nicht sagen ich nicht das richtige so hochwertig ja natürlich jetzt mit dem dynamika sitzen der tribe edition ein ganz anderes haptisches gefühl das sieht auch optisch viel ansprechender aus und dann das was in den leder ist oder kunstleder wahrscheinlich in dem fall das fühlt sich an als als wäre es so ein richtig dickes büffel jeder also ist es nicht weiß ich selber aber es fühlt sich einfach viel hochwertiger an auch die kunststoff oberflächen ob das mittelkonsole ist ob das die knöpfe am nenkrad sind es fühlt sich einfach hochwertig an das muss man einfach so sagen und das ist mir wirklich schon bei ein paar autos die jetzt das letzte halbe jahr sagt man mal auf dem markt sind die wirken für mich hochwertiger ich kann auch nicht genau sagen was es liegt ich habe meine fühle ausgestreckt aber es fühlt sich auf jeden fall besser an und jetzt kommen wir noch zum nächsten punkt wann kommt jetzt das facelift ich habe ja immer behauptet und so ist es eigentlich volkswagen like nach vier jahren nach marktstart kommt immer ein facelift so um daumen das hat natürlich beim golf 8 und so alles nicht mehr hingehauen aufgrund von anderen problemen aber darum geht es ja nicht und jetzt habe ich erfahren dass das facelift circa kw 24 25 nächstes jahr erscheint soll da reden wir im monat juni drum und dann kann man ihn bestellen und preise natürlich nix ich denke preise wird so angesiedelt wie der letzte aufgehört hat also günstiger wird er nicht es wird eben was zu mein kennende stand ist eben auch die mild hybride ins ins autobahn dann quasi wie beim leon quasi mit den etfsi was für mich ein wirklich sehr guter motor ist muss ich sagen gerade wenn du pendelt stadtbetrieb hast kein heizer bist der ist untenrum so spritzig und ist so gut am gas wirklich außergewöhnlich und die kommen eben mit rein es wird wieder ein diesel geben definitiv ob set 245 benzinern reinschaft ich meine nein weil ich finde die die aufspreizung ist sehr groß man hatte dann den den 310er den wir natürlich anbieten das ist natürlich der ja mit einer der besten laufenden modelle würde ich sagen weil das ist einfach ein dankbarer motor mit allrad hatten sehr großen fan bereich ja und ich habe so ein gefühl dass der 245 ps ist in der form nicht mehr einschaffen wird es ist natürlich auch alles eine sache von der zulassung wir reden da teilweise schon von euro 7 und da wird der hersteller schon gucken dass er sich da wissen was sparen kann das ist auch meine vermutung und eben wie schon erwähnt dass die hybrid modelle eben einen größeren akku bekommen so dass man circa 80 bis 100 kilometer rein elektrisch fahren kann und das wäre natürlich für den einen oder anderen von euch interessant und so würde man dann eben den hybrid in dem fenster platzieren dass der ein oder andere der gesagt hat ja gut sonst hätte jetzt immer den benziner genommen mit 245 besser nämlich halt den hybrid weil ja eben größere akku und so weiter und so weiter und so dass den kunden eben schmackhaft zu machen das ist meine meinung auf jeden fall facelift circa juni nächsten jahres machen wir mal noch ein monat drauf sicher sicher das ist immer so eine sache und der tavaskan der soll tatsächlich erst im dritten spätestens vierten quartal bestellbar sein und dann auch noch ende nächsten jahres dann beim händler stehen habe ich eigentlich gedacht kommt andersrum ich hätte es eigentlich so gemacht wäre eigentlich aus meiner sicht ein besserer move gewesen weil wenn ich jetzt in formen tor ab und das leasing läuft aus dann überlege ich mir doch was soll ich mir als nächstes und wenn ich vielleicht eh schon im hybrid lager war oder gemerkt habe okay das mit dem benzin das wird immer teurer oder das rechnet sich für mich nicht mehr weil ich eine weite anfahrt habe in die arbeit dann gucke ich mich doch vielleicht im konzern mal nach dem elektroauto rum und da haben aktuell sag ich mal wo preislich noch in dem rahmen ist volkswagen und skoda und cupra leider in der größe noch nichts außer den bonn und dann wird natürlich die wahl wenn es kein tavaskan bis dahin gibt natürlich wieder auf dem frommen tor laufen mit ein hybrid und ich persönlich hätte da erst den tavaskan gebracht und was ich auch gehört habe was ich aber persönlich nicht glaube weil es irgendwie keine sinn mal keinen sinn für mich macht aber wie gesagt ist bis jetzt auch nur ein gerücht das ist angeblich das 15 zoll infotainment display was man tavaskan ja schon gesehen hat nicht in den formen tor facelift schaffen wird wäre wohl zu großer eingriff in den innenraum in die ganze infrastruktur was da alles besteht steuergeräte und alles mögliche müsste man zu viel wechseln zu viel neu bauen produzieren lassen für die kurze zeit noch und das würde sich einfach nicht mehr rechnen und das wäre aus meiner sicht sehr schade weil ich fand das infotainment system was man da gesehen hat das hat wirklich sehr sehr hochwertig gewirkt hochwertig und hätte den ganzen noch mal eine aufwertung geben weil das ist so ein bisschen das sinkende bein beim formen tor jeder der sich ein kaufen wollte dass ich da bisher mit auseinander der weiß immer über die probleme vom infotainment system und die könnten version 5900 drauf spielen und es ist immer halt noch dasselbe infotainment system und das ist halt ein bisschen schade ich hätte den schon ein bisschen neuen wind verpasst aber wenn das anscheinend zu aufwendig ist was ich noch nicht glauben will wie gesagt bis jetzt nur ein gerücht nur dass das mal gehört habt und noch ein kleiner wink am rand wie gesagt 1000 kilometer habe ich jetzt schon mit meinem auto mit meinen neuen abgespielt dort ist natürlich neueste hardware neueste software verbaut natürlich keinerlei probleme gar nichts überhaupt nichts das system läuft noch einen kleinen ticken flüssiger wie bei mir aber jetzt auch nicht weltbewegend es ist einfach nicht auf einen so hohen niveau wie man sich das vielleicht erwartet aber es funktioniert alles es gibt ein paar neue spielereien die eine oder andere die haben es ja schon gehört ich hatte wie gesagt ein auto aus der stunde gehabt damals dort waren noch nicht so viele sachen möglich wie es jetzt möglich sind seht aber alles in meinem nächsten video kommt jetzt die tage und das war schon wieder mein kleines news video wie gesagt nicht allzu große news aber wollte ich euch nicht vorenthalten und ich sage danke fürs zuschauen und einfach bis zum nächsten mal macht's gut tschau